Was ist dein Haar? Was ist dein Haar? Was ist dein Haar? Ich bin sehr weit gekommen und ich wollte Danke sagen für alles, denn ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ich danke auch meiner Familie, die mich so unterstützt, meine Eltern, jedenfalls. Danke für alles, danke für heute, danke Prima Hoffmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.